Ich muss Ihnen jetzt was Wichtiges sagen und da müssen Sie sehr stark sein. Sie müssen der Tatsache ins Auge sehen, Sie sind großartig. Und deswegen bitte, bitte lassen Sie sich und andere immer groß, weil sonst geht die Rechnung tatsächlich so. Großartigkeit minus Größe bleibt Artigkeit und dann machst du dich klein, ziehst den Kopf ein und hältst den Deckel oben drauf. So, jetzt müssen wir mal schauen. Dagegen, wenn Menschen in ihrer ganzen Größe auf Augenhöhe zusammenkommen, dann ist das so, Achtung, das ist die alternative Energieversorgung der Zukunft. Das ist das Biokraftwerk Mensch. Da werden Energien frei. Ich sage es Ihnen, das wird ganz, ganz, ganz groß. Ein bisschen wie beim Hefeteig. Und dann können wir halt auch gemeinsam wirklich Großes bewegen. Und dazu wünsche ich uns alle Toi, Toi, Toi. Soiit. 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 Soita, ich Senきます. Vielen Dank.